Ja, ich bin Tracy, wer mich noch nicht kennt, und ich wollte jetzt die nächsten 15 Minuten über Daten sprechen, beziehungsweise über offene Daten. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen über offene Daten gesprochen, auch bei der Hacker-Ethik, da gibt es halt persönliche Daten, aber es gibt halt auch Daten von Verwaltungen, von Städten, von Ländern, von Institutionen, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn AG, und das nennt man so im Groben offene Daten, wenn die die der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das heißt nicht, dass man nicht erwähnen sollte, wo man die her hat, meistens steht dann doch mit dabei, dass die Daten zwar offen sind, aber die möchten halt trotzdem gerne Namensnennung mit dabei haben, das nur so vorweg, wenn man mit offenen Daten arbeitet. Und Open Data ist so im Prinzip, ist das eine gute Idee, es scheitert nur manchmal halt an der Realität. Die Verwaltungen und Städte, die erheben ja ganz viele Daten einfach, weil sie das für ihre tägliche Arbeit alles brauchen, aber wenn sie die dann nach draußen geben, achten die manchmal nicht so da drauf, sind die Daten jetzt gut dokumentiert, versteht das jeder da draußen, wie ist eigentlich meine Datenqualität. Deswegen stolpert man da manchmal über sehr absurde Sachen, die sich so dann in diesen Daten verstecken. Als kleinen Hinweis noch, wer dann noch mehr zu den offenen Daten in Städten oder allgemein in der Verwaltung kennenlernen möchte, da gibt es gleich 15.15 Uhr noch einen Lightning-Talk mit Stadtnatur als Datensatz von Sabine. Und das bin ich total froh, dass du tatsächlich eine Gruppe gefunden hast, die sich mit dem Baumkataster von der Stadt Halle beschäftigt. Und zwar, genau, mit dem Datensatz aus Halle. Den habe ich nämlich letzte Woche auch schon zur Vorbereitung für diesen Lightning-Talk halt verwendet und habe dann nämlich so ein paar Sachen entdeckt, die ich jetzt einfach gern mal mit dem Programm OpenWeFine mit euch durchgehen wollen würde. Und zwar OpenWeFine ist ziemlich gut, das ist mal entstanden von Google, wer sonst, hat sich ein Tool ausgedacht, mit dem sie chaotische Daten besser bearbeiten können und haben das dann auch als Open Source freigegeben, ähnlich wie sie es wahrscheinlich auch bei Flutter gemacht haben. Und zu OpenWeFine gibt es jetzt auch eine große Community, entwickeln das weiter und bauen tolle Sachen einfach noch dazu. Genau, und damit kann man tolle Sachen machen, das würde ich euch gerne mitzeiten. Also wenn man so mit offenen Daten umgeht, dann stößt man auf so Stadtseiten, die sehen dann mehr oder weniger übersichtlich aus. Das ist zum Beispiel aus Halle der Datensatz zum Baumkataster, da sind so grobe Angaben, welche Spalten man erwartet, wie die so aufgebaut sind. Wenn man Glück hat, gibt es das noch mehr in verschiedenen anderen Formaten und vielleicht auch schon so eine Vorschau. Hier gibt es das CSV, das ist ja ein relativ einfaches Datenformat, also Daten in Tabellen aufbereitet. Die habe ich auch schon runtergeladen und so sieht OpenWeFine aus, eine Oberfläche, man lädt sich einfach das Programm runter und es startet im Webbrowser, man braucht nichts weiter dafür, man muss es auch nicht installieren. Und jetzt lade ich diese CSV-Daten da rein, klicke auf Next und bekomme schon eine Vorschau dieser Daten angezeigt und jetzt sehe ich hier schon, das sieht aber komisch aus, das sind ja dann Hinweise auf Encoding-Fehler. Und da bietet aber OpenWeFine gleich eine Unterstützung dazu an und sagt, okay, sage mir, in welchem Format das kodiert ist. Jetzt weiß ich das schon, das ist das Erste, es erupdatet ist und jetzt sieht es wieder hübsch aus. Den Rest muss ich jetzt gar nicht anpassen, ich könnte noch einen Projektnamen vergeben, aber das ist jetzt alles ein bisschen nice to have und kann mir ein Datenprojekt erzeugen. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie, naja, Excel vielleicht, also ein Tabellenkalkulationsprogramm. OpenWeFine kann noch viel mehr Daten verarbeiten, also XML, JSON, RDF, ganz krude Formaten, aber am besten funktioniert es tatsächlich mit tabellarischen Daten. Ich habe ja gesagt, es ist für die Übersicht halt für die Daten ganz gut, weil es für jede Spalte kann man sich ganz schnell Facetten erzeugen, zum Beispiel hier eine Textfacette über die Standortangaben und schon sehe ich, wie oft es Bäume in Grünanlagen gibt, wie oft es Bäume in Straßen gibt, aber leider sehe ich dann halt auch so Angaben wie keine Angaben oder Sonstiges oder es ist einfach leer. Und schon weiß ich, okay, die Daten sind vielleicht ein bisschen, muss ich vielleicht nochmal ran und die bearbeiten. Dann haben wir ja sowas wie das Pflanzjahr, jetzt sieht man hier in der Übersicht natürlich 0, 0, 0, das ist eigentlich nicht so schön, aber hier unten gibt es auch noch sowas wie 2008. Und jetzt ist es gerade noch so als String codiert, aber das kann ich mit wenigen Klicks schon einstellen, dass es es als Datum interpretieren soll. Und dann kann ich mir als Facettenwert gleich eine Timeline sogar anzeigen lassen. Und so sehe ich, okay, die meisten Bäume wurden anscheinend so im Zeitraum von 1990 bis 2018 gepflanzt und auf die Werte kann ich mir das jetzt filtern. Also es sind 9890 Datensätze, also Bäume, die in diesem Zeitraum gepflanzt worden sind. Und diese Filter kann ich jederzeit wieder rausnehmen oder auch wieder reintun, ist völlig egal, kann da ein bisschen mit rumspielen und sich eben halt so einen Überblick über die Daten verschaffen. Genau, was haben wir denn noch so? Wir haben hier so Straßennamen. Straßennamen sind auch immer sehr spannend bei solchen Datensätzen, weil da eigentlich immer Datenfehler drin sind, beziehungsweise schon mal unerwartete Daten, wie zum Beispiel 101, 103, 341 und da hat mich aber vorhin schon jemand darauf aufmerksam gemacht, Mensch, das könnten ja so Bundesstraßen oder sowas sein. Das könnte durchaus sein, aber es ist tatsächlich nicht in der Dokumentation irgendwo, steht nirgendwo, ob das tatsächlich so ist. Und ich habe tatsächlich in einer Straße, ich glaube unter H irgendwo, gibt es halt einen Schreibfehler, vielleicht finde ich den sofort, ah genau, in der H Neuer Straße. Die ist hier irgendwie dreimal H Neuer Straße mal mit S klein geschrieben, dann fehlt irgendwie das A. Und das Coole an Open Reefine ist, dass ich das hier direkt editieren kann und ihm sagen kann, okay, es heißt halt so und schon mörgt er mir diese beiden Werte zusammen. Dann können wir gleich hin noch die Daten korrigieren. Und zack, habe ich schon die Daten bereinigt. Ja, Datenbereinigung, also man kann viel mit irgendwie fein machen, man kann die Daten transformieren, wenn man zum Beispiel viele unterschiedliche Namensschreibweisen hat, zum Beispiel Vorname, Komma Nachname oder manchmal steht dann Nachname, Komma Vorname oder mal der Vorname abgekürzt. Diese Sachen lassen sich clustern in Open Reefine und alles zusammen bearbeiten. Ich möchte aber eigentlich gern noch ein anderes cooles Feature von Open Reefine zeigen und zwar die Verbindung und die Anreicherung zu externen Datensätzen und zu externen Datenbanken. In diesem Fall gibt es nämlich eine Wikidata-Integration. Und so Bäume und so werden ja gerne mit ihren lateinischen Namen bezeichnet. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass in vielen Datenbanken einfach nur der lateinische Name steht. Deswegen würde ich mich jetzt auf den lateinischen Namen konzentrieren. Ich würde das aber gerne einschränken, damit wir jetzt nicht diese 35.000 Datensätze jetzt bearbeiten. Deswegen mache ich mir noch eine kurze Facette und sage, ich nehme mal nur den Amor Korkbaum und den Babylonische Trauerweide. Ach nee, ich muss noch Include machen und die Balsam-Pappe. Ich hoffe, die funktionieren jetzt. Und dann gibt es auch in Open Reefine schon die schöne Funktion. Es nennt sich Reconciliation. Damit kann ich die Wikidata mit diesen Werten abfragen. Und er gibt mir das Wikidata-Integration zurück. Er macht jetzt schon im Hintergrund schon eine Vorabfrage und schlägt mir jetzt schon gleich vor. Es dauert leider hier ein bisschen mehr. Was für ein Datentyp es in Wikidata denn sein könnte? In dem Fall ist es eine Taxonomie. Ich habe das alles schon vorher recherchiert, deswegen sage ich, ist das okay. Wenn ich aber wüsste, okay, es handelt sich dabei um wissenschaftliche Artikel in dieser Spalte, dann könnte ich das hier umstellen. Ich weiß aber, dass das schon die richtige Kategorie in Wikidata ist, deswegen können wir das jetzt so machen. Oben startet jetzt so ein kleines Fensterchen, was sich so dreht. Und jetzt fragt er gerade die Wikidata ab mit diesem String. Und ich hoffe, da gibt es ein paar Matches. Ich habe es mit den Bäumen tatsächlich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Jetzt muss ich es noch verarbeiten. Und wenn er sich nicht so ganz sicher ist, welcher Treffer denn in Wikidata denn nun richtig ist, schlägt er mir mehrere vor und ich kann dann händisch sagen, okay, das ist der Baum, den ich meinte. Zum Beispiel in diesem Fall ist das der Populus Balsamifera. Und dann sage ich, er soll mir alle ähnlichen Zellen halt auch da drauf matchen. Ich kriege hier schon so eine Vorschau mit Bild sogar und sage, okay, das ist der. Bei den anderen hat er es automatisch gemacht, weil es anscheinend keinen anderen Kandidaten gab. Und hier könnte ich jetzt mir auch diese Vorschau schon anzeigen lassen, aber ich kann auch direkt zu Wikidata in dem Fall springen. Und im Hintergrund hat er schon diese Verknüpfung gemacht. Und durch die Integration mit Wikidata kann man sich auch alle Informationen ganz easy in OpenMeFile aus Wikidata ziehen und neue Spalten daraus generieren lassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Bild von diesem Baum haben möchte aus Wikidata, sage ich, ich möchte die Property Image. Und dann bekomme ich schon den Wert des Bildes, also in dem Fall der Name des Bildes. Ich will aber eigentlich immer nur ein, deswegen sage ich immer nur eins, ein Bild, weil es gibt manchmal mehr. Und der Clou von Wikidata ist ja auch, in Wikidata sind ganz viele Links zu anderen Datenbanken, die noch mehr Informationen enthalten. In dem Fall weiß ich, dass die Encyclopedia of Life mit enthalten ist. Encyclopedia of Life ID. Das ist einfach nur die Nummer der Datenbank und die hat nochmal viel mehr Daten, als in Wikidata enthalten ist und auch nochmal viel mehr Bilder zu diesen Pflanzen. Dann sage ich, ja, das möchte ich beides in meiner Tabelle integriert haben. Auch da muss er erstmal Wikidata abfragen, das wiederholen. Und schon habe ich die ganzen Werte aus Wikidata in meiner lokalen Tabelle drin. Falls vorhanden, bei manchen ist das natürlich nicht vorhanden, das könnte ich natürlich ergänzen, wenn ich das möchte. In dem Fall habe ich jetzt nur den Namen der Bilddatei, das hilft mir jetzt in dem Fall nicht so viel. Deswegen möchte ich da gerne einen Link draus machen. Und das liegt halt bei Wikimedia Commons. Und dann sage ich, wie diese URL beschaffen sein muss. In dem Fall Wikicomments, Wikimedia.org, Wikifile, Doppelpunkt. Und dahinter muss der Wert der Spaltes stehen. In dem Fall steht Value immer für den Wert, den aktuellen Wert in meiner Spalte. Und auch hier unten sehe ich schon die Vorschau für die ersten zehn Zeilen meiner Daten. Und wenn ich auch hier sage, okay, dann macht ihr das für alle gleich mit. Und ich kann hier direkt auf die Bilder drauf zugreifen. Ich kann natürlich noch einen anderen Link generieren, der direkt auf das Bild zeigt. Und mit der Encyclopedia of Live-ID wollte ich euch gerne auch noch was demonstrieren. Nicht nur, dass diese Vigidata-Integration drin ist. Nein, man kann eigentlich jede beliebige API oder auch jede Webseite abfragen mit den Informationen, die man hier drin hat. Indem man eben nämlich auch wieder das zusammenbaut. Wie muss die URL aussehen? Wo steht der Wert, den ich gerade in der Spalte habe? Und dann baut er für jede Zelle den entsprechenden API-Request zusammen. Genau. Das mache ich jetzt nochmal kurz. Das müsste vielleicht noch in die Zeit passen. Und in dem Fall ist das ja eine API, die JSON zurückgibt. Also er holt mir jetzt das JSON-Ergebnis für diese API-Abfrage in meine lokale Datenbank. Was ich dann wiederum auch in OpenRefine parsen kann und mir die Daten aus diesem JSON-Ergebnis auch wieder in meine eigenen Daten überführen kann. Genau. Hier sieht man schon, neue Spalte erzeugt mit JSON-Daten. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch hier nochmal wieder was vorbereitet. Das war natürlich ein bisschen schnell alles. Aber ich wollte euch halt zeigen, was alles so geht. Hier paarse ich das JSON. In dem Fall habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht. Jackson-Kunten. Oder vielleicht gibt es das gar nicht. Ich weiß nicht. Ja, es geht aber eigentlich. Aber meine Zeit ist jetzt, glaube ich, schon um. Vielleicht ein ganz kurzer Einblick einfach nur in OpenRefine. Das ist ein sehr mächtiges Tool, mit dem man schon über Oberfläche, ohne dass man unbedingt programmieren muss in vielen Stellen, schon viel mit Daten machen kann. Insbesondere, wenn sie etwas chaotisch sind. Oder man externe Daten noch integrieren möchte. Vielen Dank. Fragen? Gibt es irgendwelche Flaschenhalter oder irgendwas? Das läuft ja in Java. Also, gibt es da irgendwo was, wo man müsste es dann machen, mit dem Rechnerauslagern? Auf jeden Fall. Es ist abhängig vom Arbeitsspeicher, wie viele Datensätze verarbeiten kann. Und ich würde mal sagen, ab 500.000 wird es schon eng. Also, es ist so für kleine bis mittelgroße Datensätze gut geeignet. Alles, was drüber geht, muss man schon dann auf einen großen Rechner machen oder eben halt doch gleich programmieren. Jetzt kann man das auch automatisieren. Wenn du sagst, du machst die Schritte immer wieder, erzeugen wir mal eine Situation, wie genau das, was ich jetzt modell getan habe, das später mal bei anderen Datensätze anwendet. Sehr gut. Im Hintergrund lockt OpenWeFind alles mit. Hier auf der Seite sieht man jetzt, jeden Schritt, den ich getan habe, wird mitgelockt. Und das kann ich mir extrahieren. Da kommt auch ein JSON bei raus. Das kann ich mir abspeichern als externe Datei. Und kann, wenn so eine Datei wiederkommt, kommt ja manchmal bei der Arbeit so vor, kann ich das einfach wieder anwenden. Und dann macht er automatisch wieder alle Schritte. Und kann man auch automatisieren auf der Kommandozeile. Kann man beides machen. Bietet OpenWeFind alles an, wenn man jetzt startet. Es erwartet erstmal eine Datei auf dem Rechner, weil das so der Standard ist. Aber man kann auch über eine Webadresse sich direkt die Daten holen. Oder sogar per Zwischenweiger. Dann der nächste. Vielen Dank. Vielen Dank.